So, und jetzt werden Sie mir helfen, neben an den Wallier abzuhängen. Na, wie komme ich denn dazu? Sie wurden verrückt geworden. Jetzt machen Sie mich von meiner Freundin lächerlich. Sie ist nicht Ihre Freundin und wird es niemals werden. Wie Sie durchs Fenster da reinkamen, da war es beinahe soweit. Ich komme immer zur richtigen Zeit. Schau! Machen Sie, dass Sie wegkommen, Sie waschelhaft. Nein, ich denke ja nicht, aber soll ich beide machen? Na, lass doch nacken! Sie sind noch weh, Sie sind noch mein Hochbeder. Die brauchen ja noch sehr nötig. Da, da sage ich Ihnen, die Angst habe ich nicht wohin gehabt. Hör, da, Sie, du kommst! Hä? Gut gegangen? Jawohl, bis auf einen Kriminalkommissar. Na und? Du weißt doch, wie ich sowas erledige. Ich will dir erklären, wie die Sache weitergeht. Pasal. 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 Pasal.